Ich glaube, die Situation ist nicht vergleichbar. Wir haben inzwischen ja eine Vielzahl von Vorbereitungen auch in Griechenland begonnen. Die Hotspots sind zum Teil errichtet. Griechenland ist zum Teil dem Zeitplan hinterher. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten und Aufenthaltsmöglichkeiten auch in Griechenland. Die müssten auch von den Flüchtlingen genutzt werden. Sie verbringen nicht jedes Jahr ihre Jahresurlaub in Kroatien. Ich habe meinerseits noch einmal deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland unterstützt, das, was wir auch im letzten EU-Rat am 18. Februar beschlossen haben, dass wir Schengen wieder einführen wollen, dass wir die Politik des Durchwinkens beenden wollen, dass es kein Recht von Asylbewerbern gibt, sich das Land auszusuchen, indem man in Europa Asyl beantragt. Außenpolitische Herausforderungen und auch eine gemeinsame Agenda in Europa. Uveze Hrvatske, učer, to znate, mislim da je to bilo onovne. Ja sam tražio sada, ukoliko trebamo, to je opcija, da nasst schtite, naše granice, policija, to svi znamo, ukoliko je potrebno da iskoristimo vojsko, da možemo opet ulakšati proceduru i humanitarnost, Manitarność, das werden wir wirklich sehen, aber das ist wirklich eine Hilfe.